Da fliegt mir schon wieder die Frisur ins Gesicht. Oh Gott. Vielen Dank. Und hier geht es schon gut los. Irgendwas steht hier. Jetzt habe ich gelabert und es nicht gelesen, aber das könnt ihr ja dann machen. So, was haben wir denn hier? Zeige mir den Wireless Controller auf den Bildschirm und drücke die L1 Taste. Okay, dann mache ich das doch mal. Wow. Alles klar. Neigungssteuerung. Oh mein Gott. Das kann ja nur ein großer Spaß werden. Jetzt ist ein Kopf aufgegangen und da sind Brüste drin. Das gefällt mir. Okay. Wir treten auf eigene Gefahr. Ihr seid dabei. Huh. Und jawohl, das gefällt mir doch sehr gut. Ja, und zwar, es geht um Blue Estate. Irgendwie noch Victor Kalwa-Chefs Blue Estate. The Game nennt sich dieses Spiel. Und das, was ich an den Screenshots gesehen habe, sieht genauso aus wie das, was man jetzt hier sehen kann. Knarren, Brüste, Knarren, Brüste, Knarren, Brüste und ne Arsch. Was will man mehr? Gut. Äh, was gibt's denn hier Schönes? Hilfe braucht kein Mensch. Einstellungen. Tutorial wiederholen. Untertitel, Vibration. Ja, es ist sehr gut. Bestätigen. Hallo. Bestätigen. Hm. Gut. Gehen wir halt zurück. Wie auch immer. Und starten einfach mal direkt ins Spiel. Es gibt hier einen Zweispieler-Modus. Okay, sehr cool. Schwierigkeitsgrad. Anormal und normal. Ja. Ich bin eher der abnormale Typ. Deswegen bleibe ich bei normal. Anormal passt mir nicht. Levels gibt es eins anscheinend in der Demo. Und auch nicht so viele zur Auswahl. Okay. Dann starten wir einfach mal in The Twin Dragon Teil 1. Alles klar. Oh, hier Steuerung. Puste deine Feinde in schneller Folge weg, um deine Kombo und deine Punktezahl zu steigern. Ja, das klingt plausibel. So, zentrieren. Nachlagen. Schießen. Ja, reicht. Gut. Geht's erstmal los mit Story. Ich hab aber nichts für dieses Spiel bezahlt. Hihihi. Oh. Verdammt. Woher wissen die das? Da ist es nochmal. Viktor Kalvashevs Blue Estate. The Game. Hollywood. Oh, ja. Cherry Pups? Something told me it wasn't her real name. Cherry Pups? Cherry Pups? Okay. Schöner Humor. Und die Synchro ist auch weltklasse. Gut, ich habe keine Ahnung worum es geht, aber das ist glaube ich bei dem Spiel auch egal. Dieser Eröffnungsscreen sieht ein bisschen so aus wie House of the Dead Overkill, so vom Style her. Und es scheint wohl ein Railgun-Shooter zu sein, also ich kann mich nicht bewegen. Oh jawoll, eine Knarre. Und da geht es schon gut los. Was haben wir hier? Punkte. Lebensenergie anscheinend. Eine Waffe mit unendlich Munition, okay. Und hier geht es los. Wische auf dem Touchpad in Richtung der Pfeile. Oh, das klingt wie eine starke Herausforderung. Ja, 100 Punkte, perfekt. Und jetzt hier, bam, 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 bam. Hallo? Okay, ich kann nicht schießen. Und da hinten steht eine Maneki-Neko. So spricht man es glaube ich aus. Oh Gott. Klein Glückskatzen aus Japan. Oh Gott. Meine auch nicht. Und jawoll, jetzt geht es los, ihr Bitches. Bam, bam. Und die Katze auch gleich. Oh jawoll, Secret anscheinend. Nachladen ist Viereck. What the fuck. Ah, alles klar, ich spüre hier so ein Mexikaner, glaube ich, oder irgendwie sowas. Und der hat eine ziemlich starke Haarpracht. Die wische ich mal weg. Geil. Nochmal. Okay. Das Spiel läuft noch nicht mal ein paar Minuten und ich bin nur am wischen. Oh, Secret. Immer schön nachladen. Was ist das für ein Kreis? Egal. Oh, jetzt wird es erklärt. Dieses animierte Symbol ist sehr wichtig. Es erscheint auf dem Feind, der dich als nächstes treffen wird. Sobald es blinkt, wirst du getroffen. Okay. Dann lasse ich es einfach nicht blinken. Ah, alles klar. Musik gibt es anscheinend nicht. Und ich kämpfe, wie Sau sieht, gegen Hip-Hopper. Alles klar. Hier, ich will den Gang abschießen. Mein Gott. Und los geht's. Holla, die Waldfee. Kürbchengröße 80 M. Keine gute Schwimmerin. Schwimmerin. Mhm. Als Meerjungfrau. Mhm. Alles klar. Und jetzt gibt's Musik. Bam. 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 Sehr gut. Kommt der her. Bastarde. Vorsicht, Schießbude. Oh nein. Erstmal die Katze. Ja. Schießbuden-Profi. Und da ist wieder so eine Katze. Ja. L2-Taste gedrückt halten. Na, machen wir das doch. Sehr gut. Oh, die Deckung geht kaputt. Oh nein, jetzt wurde ich getroffen. Schon wieder. Seitdem ich die Deckung habe, werde ich nur noch getroffen. Okay, ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin sehr positiv überrascht über die Steuerung. Das spielt sich ja hier komplett mit Neigungssteuerung und funktioniert wirklich erstaunlich präzise. Oh ja. Die Haare im Gesicht. Weg damit. Jawohl. Und hier, komm. Baby. Nein, ich will dich da rausholen. Energie. Ja. Läuft. Schießbuden. Vorsicht. 2, 3, 4, 5, 6, 9. Oh, verdammt. Yeah, Bullet Time Matrix Sprung. So muss das sein. Ich komme mit dem Nachladen noch nicht so wirklich klar. Und jetzt kommen hier raus, Baby. Ah, verdammt. Da fliegt mir schon wieder die Frisur ins Gesicht. Oh Gott. Läuft. Okay, ich habe mich vorhin über die fehlende Musik aufgeregt. Jetzt wünschte ich, es gäbe keine mehr. Das ist ja ganz scheußliche 90er Jahre Actionfilmmusik. Was auf jeden Fall auch echt fett ist, ist das, ähm, verdammt. Oh, jetzt. Was ist das, was haben wir denn hier? Slow Mo. Jawohl. Bin ich doch dabei. Yeah. Yeah. Komm schon. Was, was wollt ihr tun gegen mich? Nachladen. Es ist auch auf jeden Fall ziemlich chillig. Ich liege hier am Boden und die Gegner treffen nichts. Also, ich will nicht wissen, wo die die aufgegabelt haben. In welchem Verein. Cherry, wo bist du? Das ist nicht Cherry, aber wahrscheinlich sogar besser. Komm, einfach draufhalten. Ja. Sehr gut. Ja, das Gegner-Design ist auch unfassbar vielfältig, wie ich sehe. Yeah, bam. Und hier, du kommst nicht davon. Doch, verdammt. Oh. Du schossest rückschleudern. Vision. Und diese pseudo-innovativen Sachen hier drin. Ich hasse es in Spielen. Ja, kommt schon. Was wollt ihr machen, hä? Ah, okay. Mich treffen. Verdammt. Ja. Oh, habt ihr gesehen, wie er um die Ecke gehechtet ist wie ein wahrer Gott? Slow-mo. Haha. So. Na, komm schon. Klon-Gegner Nummer eine Bazillion. Sehr gut. Erstmal ein Drink. Das ist eine gute Idee. No chance. Wo zur Helle kommen diese Massen an Gegnern her? Vor allen Dingen an gleichaussehenden Gegnern. Die haben bestimmt unten im Keller irgendeine Klon-Maschine. Und da kommen die im Sekundentakt raus. Jetzt gibt es endlich mal eine schöne Waffe hier. Puppgun-Action. Jawohl. Absolut. Da unten steht es. Ha. Der hatte mir zu viel Bock auf Diplomatie. Na, der eben so. Und der auch. Leute, was ist denn hier los? Die haut ja ordentlich. Hohoho. Okay. Nachleidezeit ist etwas störrig. Aber es ist ja auch eine packige Schrotflinte. Was werden wir machen? Slow-mo. 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 Yes, sir. Und da hat es schon noch einer verkrochen. Mhm. Na, gucken wir mal. Oh, Bart. Und da ist schon wieder dieser Hip-Hopper. Oh, oh. Weltklasse. Oh Gott. Ja, oh. Tschüss. Oh nein. Tschüss. Fuck. Ja, das kann natürlich auch vorkommen. Ja, warum nicht gleich so? Und schon wieder ausgerutscht. Der Typ kann auch nichts. Anscheinend Munition. Ja, komm schon. Ja, hier hoch. Keine Konkurrenz für mich. So, und jetzt geht's ab ins Bad, wie es aussieht. Da gibt's bestimmt mal ein bisschen nackte Haut zu sehen. So, zurück in Teil 2. Es gab einen kleinen Aussetzer. Playstation kann nur 15 Minuten aufnehmen. Dafür gibt's jetzt hier doppelt so viel Action, wie zuvor. Oh, na, 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 na. Oh Gott. Ihr verdammten Bastarde. Kommt ran. Na los, na los. So, immer schön nachladen in den Pausen. Und da sind die Haare schon wieder im Bild. Ach, Leute, ihr könnt's auch nicht. Ja. Ah, die Schrotflinde ist schon der absolute Shit. Das muss man echt sagen. Ja, was auf jeden Fall auch noch... ...ne echt coole... Ja, genau, sehr schön. Jetzt gibt's Nahkampf. Hab' man ja vorhin beim Einstieg hier im zweiten Teil schon gesehen. Oh. Das hat mir am Anfang ein bisschen gefehlt, aber es scheint ja auch hier, äh, wie so eine Art Tutorial-Level zu sein. Ja, hier, ganz knapp. Ja, oh Gott. Oh Gott. Ja. Das ist auch Wahnsinn. Immer wenn ich getroffen werde, liegt um die Ecke gleich wieder Energie. Hm. Und schon wieder hier. Das Level scheint ja ziemlich viel Spielraum zu haben, wie man sieht. Es ist vielleicht auch das komplette Spiel, nur in diesem Level. Umrundet vielleicht immer nur diese... Ja, dieses Restaurant. Und da ist wieder so eine kleine... Ah, verdammt. So, Leute. Ja. Das hätte ich so beinahe gekriegt. Jo, Psycho, man. Ja, vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen. Ein bisschen... Verdammt. Ein bisschen unlogisch ist es auf jeden Fall. Achtet mal bei den nächsten Gegnern ein bisschen da drauf. Oh, keine Munition mehr. Die ballern auf mich. Und treffen mich ja anscheinend erst... Wenn dieser Balken voll ist. Davor schießen die wie bekloppt und schießen und schießen und treffen einfach nicht. Oh, Munition. Ja, seht ihr das? Nur wenn dieser kleine gelbe Balken voll ist, dann erwischen mich die Kunden. Ja, aber ich glaube, so Innovation und Besonderheit muss man hier nicht achten, dass es irgendwie Sinn ergibt. Oh, jawoll. Endlich wieder Brüste. Ja, einen großen Fisch zu braten. Na, na, ja. Kommt schon. Ja. Oh, er ist ganz schön weit weg. Und der könnte mich wieder treffen? Nein. Verdammt. Sehr gut. Am besten, ich switch mal wieder zur Pappgun. Denn die macht eindeutig am meisten Spaß. Ja, aber komm hier. Was wollt ihr? Hä? Was wollt ihr? Woo! Absolut, das sagt mir mein Arzt auch immer. Und Slow-Mo-Action. Pfff, klasse. Ja, erstmal wieder Zeit für einen Drink. Ja, wo geht's jetzt hin? Munition holen. Nein. Bam! Geiles Ding. Was ist los? Ah, okay, jetzt anscheinend ein Holzbrett auf mich. Und jetzt nicht mehr. Mal schön nachladen. Oh, keep it down, right? Das ist auch mein Spruch. Immer mit der Ruhe. Bam! Klasse. Nein! Ich will nicht schießen. Das wird alles hier schön im Nahkampf erledigt. Schön, wie ihr den auch schön der Kopf zerblutet, wenn ich die einmal mit meiner Pappkanau wische. Ich kann mich hier. Und schon wieder hier. Krass. Sind vielleicht doch immer Antraabschnitte. Kann auch sein. Lady, na los, komm. Na los, hol sie raus. Ach, das war's. Ja, Glückwunsch, du bist am Ende der Demo zu Blue Estate angekommen. Schalte die Vollversion mit folgenden Inhalten frei. Zwei spielbare Charakter, die ebenso verrückt wie charismatisch sind. Noch größere Waffen. Noch größer als Pistolen und Schrot finden. Das glaube ich aber nicht. Haufenweise Levels. Haufenweise Levels. Okay. Wie viele waren das jetzt? Vielleicht acht, die ich da gesehen habe. Aber kann ja sein, dass es noch mehr gibt. Und bissiger Humor. Also der Humor war echt ganz gut. Das muss man schon sagen. Ja. Mehr erfahren. Und die scheint es anscheinend hier zu gehen. Ich bin ein schlaues Kerlchen, oder? Oder, laut dem Intro, ich habe aufgepasst. So, Kurvenmodus mit einem Freund. Oder auch nicht. Ja, ich habe leider keine Freunde. Besten Spieler. Klasse. Der dritte Punkt ist klasse. Und der letzte auch. Nukleare Explosion. Chihuahuas, Hühner und sogar ein Drache. Also bitte, ein Spiel mit einem Drachen ist nur der Shit. Gut, ja. Ne, das lassen wir jetzt. Jetzt zurück zum Menü. Gut, alles klar. Was soll ich sagen? Blue Estate. Victor Calvers, Chefs Blue Estate. Ja, also ich fand es sehr unterhaltsam. Vielleicht gucke ich mir irgendwann mal die Vollversion an. Keine Ahnung. Also für so ein PSN-Spiel auf jeden Fall ein cooles Ding. Also, was erwartet man? Was erwartet man? Ich habe genau das bekommen, was ich von den Screenshots gesehen habe. Und macht auf jeden Fall wirklich Bock. Muss man mal schauen. Ja, gut. Das Ding könnt ihr euch besorgen. Wie gesagt, Demo kostenfrei im Playstation Network erhält sich für die Playstation 4. Ich glaube, wenn ihr Playstation Plus Members seid, dann kriegt ihr das für 14,99 Euro, wenn ihr es kaufen möchtet. Momentan. Und alle anderen müssten 19,99 Euro berappen. Ähm, ist mir wahrscheinlich noch ein bisschen zu viel für dieses Spiel. Ähm, ich werde wahrscheinlich warten, bis es das mal, ja, Playstation Plus kostenfrei gibt. Oder aber ihr sagt mir, ey, das war ein geiles Ding, Spiel das bitte durch. Dann werde ich das vielleicht machen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, kommentieren, teilen, all dieses Gelobbe. Andere Videos noch angucken. Und so weiter und so fort. Das war es von mir. Euer Ed, Eddie. Wie auch immer, ich lasse mir noch was einfallen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Morgen. Je nachdem. Bis zum nächsten Mal.